Stetig neue technische Errungenschaften und separate Management-Tools machen den Betrieb klassischer IT oftmals komplex und teuer. Das geht auch anders. Mit DataCore SunSymphony können Sie die Rechenleistung und den Speicher in Form von preiswerten x86 Servern verschmelzen. Durch diese hyperkonvergente Infrastrukturlösung reduzieren Sie Ihren Managementaufwand und Ihre Kosten erheblich. Dank SunSymphony können Sie die dazu notwendigen Hardwarekomponenten frei auswählen und beliebig kombinieren, während sichergestellt ist, dass Ihre Anwendungen hoch verfügbar sind. Dabei ermöglicht SunSymphony Ihnen, eine hohe Dichte an virtuellen Maschinen pro Server auszuführen und ist mit nur zwei Knoten voll funktionsfähig. Es ist keine dritte Instanz erforderlich. So senken Sie nicht nur Ihre Kosten und Ihren Verwaltungsaufwand, sondern Sie sparen zudem bei Energie-, Platz- und Lizenzgebühren. Skalieren Sie innerhalb der einzelnen Server oder skalieren Sie auf bis zu 64 Servern in einem Cluster. Zudem können Sie Ihre Rechenleistung und den Speicher bedarfsgerecht separat skalieren. Neben der Nutzung aller Vorteile von Hyperkonvergenz können Sie Speicherkapazität des HCI-Clusters für Anwendungen außerhalb bereitstellen und Sie können externe Speicherkapazität zum Erweitern Ihres HCI-Clusters nutzen. SunSymphony ist der Schlüssel zum Aufbau Ihrer maßgeschneiderten und zukunftssicheren HCI-Lösung. Sprechen Sie uns an!